So, dann haben wir mal die Magie abwählen nochmal. Und dann geht's in Richtung Wasra, Eisra und Feura und Eisgar, äh ne Eisra, also wie Ra, Feura, Eisra, Wasra, Pitzra. Die Garsachen kommen ja später. Ja, jeden Fall. Das hätte ich einen Pitzsperrkut gebrauchen können. Au. Ah, danke für die Ekstase. Kann ich gut gebrauchen nachher. Konnte ja nicht mal Sprung machen. Oder ist das die Ekstase-Angriff-Technik von ihm? Komm. Na, warte. Früchtchen. Ich muss doch kein Mario eigentlich ein Level bekommen, weil er so super gut ist. Sag ich doch. Ein Momba-Feuer. Was kann der Momba-Feuer außer Feuer? Ah, Feuer. So, Swero-Brett-Suki-Mari. Ja, viel Möglichkeit hat er nicht mal. Analyse. Blind-Tip. Etwas selber da oben. Ich muss mal gucken, was die alles erlernen können. Na, da. Alter, da. Da war es doch. Meine Fresse, Unheil. So, wir werden ihn mal da hinbewegen. Ob der ein bisschen Abwehr bekommt. Und ein Sides-Verur. Blind-Tip. So, und weiter geht's. Hätte nochmal speichern können, weil... Bin ein bisschen angeschlagen, aber... Hexen. Volles Risiko. Na. Autsch. Autsch. Okay, man kann das gebrauchen. Immer rauf auf dem. Oh, schütz. Was? Ach, dann in. Ja, in den Rücken. Was? What? Huch, jetzt hab ich meck gedrückt. Was? Was? Ihr werdet trotzdem... ...stirmen. So, aber nicht, mein Freund. Noch einen kleinen Blitz drauf. Und da zerfällt's mal ein, zwei Teile. Was? So, auf Ex-Tase, wenn das weiter so geht. Überleben. Autsch. So schön, Tag zu kämpfen, mehr. Das kann ja nicht wahr sein. Das sind ja die Arbeiten. So, und da kommt der Letzte. Na, 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 na. Hey, kann ich mich nicht mehr nehmen? Hm. Und beschlangen sie sich? Das war's nicht fair. Das war wohl nicht fair. Aber vielleicht gibt's da einen Schiedsrichter? Huh. Still in there. Er wird nicht last. Waka ist immer so wie das. Autsch. Let's go. Aber erst mal ein roh das Spiel gucken. Aber Juna ist ja entführt worden. So ist er nicht. so habe ich den mich ein paar es war uns eigentlich nicht da und ich bin halt anders ich bin nicht normal als die gibt es den speicher zu retten ja das war wieder an ob aber sind wir uns jetzt die dinger gebraucht na ja scheiß drauf dass wir das die letzten gewesen die wir hier was benötigt hätten so jetzt gehen wir haben jemanden in ekstase so ist ja nicht wo seid ihr und fahren ab wenn du darüber springen ihren super tollen kleid haben sich mal gezeigt das ist mein mysterium wie die darüber springen konnte was soll ich das stand hat er mann der glänzte eine maschine ganz genau zu können was soll ich denn am kram ach so ich kann ihn anmachen aber hat kein sturm so quatsch heute eigentlich das hier versuchen so was schönes für mich hat du hast doch hier so was schönes und zwar kippt ich schaffe ich das und ich krieg's nicht hin das muss der karl eigentlich schon aktiv sein die meli macht man das was er ähnlich kann ich habe den kampf wieder gewonnen an die bereistin ja nur was ab glaube ich warum diese komischen antriebsdienst ab damit 4755 so noch jetzt los du kraft brecher 420 das war schon da hat sich voll gelohnt was waren jetzt wenn da leute drin gewesen sind w ich hoffe du das Das ist das gleiche Schiff. Ich weiß, ob sie alle weg sind. Was ist passiert? Sinn kam bei uns. Ich habe es gut gemacht, aber ich weiß, was ist mit ihrem Schiff. Um... Es gab jemanden, Sidd, auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Sie waren alle diese Sprache von Al Bed. Ich verstehe. Also, wer ist Sidd? Er ist mein Schiff, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Mhm. Wait, also das bedeutet, dass du auch in Al Bed, Yuna? Auf meiner Mutter. Ja. Sidd ist meine Mutter. Er wurde distant, nachdem meine Mutter heiraten. Aber sie hat mir gesagt, dass er ihn auszusehen, wenn ich eine Hilfe brauchte. Sie sind Angst, dass er... Nicht erzählen Wacca über Yuna. Die Sache über Wacca ist, dass er noch nicht viel Liebe für Al Bed hat. Woah! Ich muss sagen, Wacca! Ich dachte, dass ich dich nicht erzählen, Wacca! Das Spiel! Oh! Äh, was hat sie jetzt gemacht? Also, jetzt so ein Schnellreisezauber. Man muss ja extra bis dahin rennen, latschen. Oh, noch 30 Sekunden. 30 Sekunden left! Die Auroks sind all-out-offensive. Let's get it on. A long pass from Lenny. It goes through. 10, 9, 1, 7, 6, 4, 4, 4, 3, 2, 1, Woah! Unglaublich. Die Auroks wangen 3-2, bei ihr Awesome-Zimmer-Zimmer. Ja! Wir gewinnen! Wir machen! Wir sind im Finale. Wir haben nicht den der größteniegenden Wunsch. Wenn es für Chapu war, wird er immer noch stehen. Hey, bist du nicht nur ein bisschen unfair? Entschuldigung? Ich weiß, dass ich niemals Chapus' Platz nehmen kann. Du bist derjenige, der Waka das erzählt, richtig, Lulu? Und ich glaube nicht, Waka würde niemals versuchen, Chapus' ... Du willst nicht, diese Sprache zu enden. Ich hab' nicht ums Stadion gelaufen, um zum Pier 4 zu kommen, aber ... Ich sag' dazu mal gar nichts. Hätt' ich nur zwei Pier's nach rechts gehen müssen, aber wir sind da links gehen, also links gegangen, und ja, das war total sinnvoll. Das ist gleich wie eine Standpauke von Waka, weil wir Juna gerettet haben. Ne, weil wir nicht beim Spiel waren. So, ab mit Junkleider. Dann spielen wir ne Runde Blitzball. Oh, yeah. Ich bin sicher, dass du okay bist, Cap. Das Spiel beginnt in ein paar Minuten. Bist du sicher, dass du okay bist? Wir spielen auch die Gores. Ich bin sicher, dass du okay bist. Bist du sicher bist? Bist du sicher, dass du sicher bist? Bist du sicher bist? Bist du sicher bist? Bist du sicher nicht mehr ins Bett? Ich hab' Probleme. Ja, und schon geht ja spaßlos. Wir werden nochmal speichern hier drin. Lass uns nicht stören. So, hoffentlich kann ich es noch. Ich hatte damals, habe ich Blitzball so lange gespielt, bis ich Tidus auf Level 80 hatte, weil ich halt krank bin. Na komm, dicker. Ah, das Spiel beginnt schnell. Kein Zeit für Warm-ups. Bereit? Lass mich auf ihn! Alles klar! Ich habe etwas zu erzählen, Leute. Nach dem Spiel, ich gehe zu retten. Ich habe mir gesagt, dass es mein letzter Tournament ist. Win oder los, ich werde blitzballen. Aber, seitdem wir hier sind, müssen wir gewinnen! Ja! Gehe? Uff! Ich stehe, ein Bein. Ich stehe, ein Bein. Er ist in meinem Moment. In der Nähe des Gehts Alright boys, let's win this one Let's make the goers goners Let's Blitz Let's Blitz Lorg nicht I saw you floating there On the sphere Hey You won't supposed to see that You really gave it your all, didn't you? Alright boys, what are we gonna do? Victory! For Captain Walker Oh man This is it folks In just a few minutes The championship game Kindheitsträume Und wir werden es Schaffen Wir haben jetzt allerdings in der ersten Halbzeit Genau A championship game Between these two teams Our legendary Luca-Goers Going against The horrendously ill-fated Besaid Aurochs This looks like history In the making, Baba Hat sie gut gehalten für 1000 Jahre? Ähm Ich wollte jetzt sagen Wir haben den Jack Speroschuss 1 noch nicht Also den Jack Spezial 1 Den Klima ist in der zweiten Halbzeit Weil wir jetzt die Leute nicht ausrüsten können Wie krass das aussieht, ne? 1 1 2 3 2 2 3 5 7 4 5 6 15